Der Flachwitz des Tages Ich habe nämlich eine kleine Idee, was man in der Schmiede noch bauen kann und weil ich nicht immer bauen und Höhle und bauen und Höhle und bauen und Höhle geht mir selber auf den Sack. Deswegen werde ich mich um die Schmiede kümmern, um mal was anderes zu machen oder was anderes zu schaffen. Ich suche gerade Eimer. Habe ich noch Eimer übrig oder besitze ich nur diese Wassereimer, die ich eigentlich überhaupt nicht mehr brauche? Das ist auch so ein Punkt. Hätte ich gar nicht gebraucht, so viele Wassereimer. Deswegen, ach zwei Stück habe ich sogar. Ja gut, zwei Stück reichen nicht wirklich, aber vier Stück reichen eigentlich auch nicht. Äh, also für Obsidianbaum brauche ich sowieso nur ein Eimer. Ich nehme mal ein Ersatzeimer, äh, ein Ersatzeimer behalte ich mal. Naja, so als Sicherheit. Und werde jetzt erstmal das Wasser auskippen. Ich weiß noch nicht, wo... Was soll das denn jetzt? Äh, ich konnte es einfach wieder in den Brunnen schütten oder so. Das ist zumindest so eine gute Idee. Okay, so. Dann habe ich wieder vier Eimer übrig. Äh, ich meine natürlich sechs Eimer. Oh, ich bin da fast tot. Ach du Scheiße. Ich brauche Essen. Fleisch. Gutes Fleisch. Wie konnte mir das nicht auffallen, dass ich fast am Verrecken bin? Grundgütiger. Ja. Egal, jetzt ist wieder in Ordnung. Hm. Ich hasse diese Tür. Ich hasse sie so sehr. Okay. Ich glaube, ich baue einen Hebel dran. Ich, ich, ich glaube, ich baue einfach einen Hebel. So. Da ist es. Da ist die Lava, die ich nicht mehr... Äh, oder die ich erstmal nicht brauche. So, reicht das, oder? Ja, reicht nicht. Keine Ahnung. Naja, jedenfalls, äh... Also, wir haben hier... Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, das heißt... Was? Dann habe ich ja nur... Weil ich mache eine Dreiertreppe. Ist auch in Ordnung. In einer Schmiede ist das eigentlich... Ja, ist eigentlich egal. Eine Dreiertreppe von mir aus. Dann fängt die so... Ich weiß gar nicht. Hier an. Mal gucken. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie verbinde ich das mit dem Lava-Pool. Weil immer hier dran vorbeigehen... Naja, das ist auch eine Option. So, ich brauche auf jeden Fall eine Spitzhacke. Nein, die Axt brauche ich noch hier. Oder nein, dafür benutze ich jetzt erstmal die Eisenspitzhacke. Ja, vorzugsweise die, die ich schon benutzt habe. So. So, und im Prinzip... Muss ich jetzt hier in die Tiefe graben. So. Okay. Ja, sieht doch gut aus. Man stößt sich mal hier manchmal immer den Kopf so ein bisschen, aber... Das macht ja erstmal nix. Wobei ich gerne eine Treppe haben wollen würde. Und ich weiß nicht. Dann müsste ich vielleicht, äh... Noch einen weiter. So. Ja, und gleich mal Eisen gefunden. Das ist doch toll. Jetzt ist nur die Frage... Also ich brauche... Ich weiß nicht, ob ich Holztreppen noch besitze. Wahrscheinlich nicht. Aber das soll ja kein Hindernis sein. Nein, ich kann ja welche herstellen. So. Holztreppen. Besitze ich... Holztreppen. Ne, Zäune. Aber Zäune brauche ich erstmal nicht. Habe ich keine Holztreppen? Ich werde doch mal irgendwann Holztreppen gemacht. Da haben... Steintreppen hätte ich anzubieten. Aber... Ach, warum nicht? Ich glaube, ich baue das sowieso aus Pflastersteinen. Und aus diesen komischen Steinziegeln oder was das da sein soll. So. Und normaler Stein kann man vielleicht auch mal gebrauchen. So. Die Lave-Eimer brauche ich gerade überhaupt nicht. Die hätte ich jetzt in der Kiste reinpacken können. Aber egal. So. Und dann muss man eben hier... Weißt du was? Ach. Wofür brauche ich diese Lave eigentlich? Äh. Obwohl. Ich muss das ja auch wieder zukippen können. Aber egal. Ich mache jetzt erstmal... Folgendes. Ich baue das jetzt einfach mal hier dicht. So. Sehr gut. Äh. Jetzt habe ich aber noch eine Frage. Wenn das hier so eine komische Treppe sein soll. Ich weiß gar nicht, wieso ich die gemacht habe. Die ist eigentlich vollkommener Bullshit. Äh. Hier würde ich nämlich ganz normale Blöcke favorisieren. So. Genau. Diesen Zaun hier, der kommt auch erstmal weg. Den baue ich nämlich woanders hin. So. Ach. Inventar ist voll oder was? Ah. Es muss aber auch immer irgendwas sein. Ach. Ach schön. Ach schön. So. Dann kommen jetzt hier die Lave einmal rein. Dann habe ich wieder Platz. So. Sehr gut. Jetzt überlege ich gerade. Ich würde am liebsten eigentlich... Ja. Ich glaube, das wird der Standardboden hier. Und dann würde ich hier einfach schon die Lava machen. Und hier würde ich den Metallzaun bauen. Ja. Das war ein bisschen... Zugegebenermaßen ist das zwar ein bisschen... Äh. Groß. So das Feld. Also so brauche ich das eigentlich gar nicht. Wobei. Ich wollte so einen Rand machen. Genau. So einen Rand. Das sieht ein bisschen besser aus. Und hier dann den Zaun. Sieht das gut aus. Ja. Es hat auf jeden Fall was. Na gut. Ich lasse das mal so. So. Jetzt könnte ich ja eigentlich die Eimer wiederholen. Dann gucke ich gleich mal, wie das aussieht. Es darf natürlich auch nichts durch die Decke tropfen. Das ist ja, wenn... Wenn nur ein Block zwischen Lava und Decke ist... Dann tropft der immer so Lava runter. Sieht immer doof aus. So. Ach. Scheiß aufs... Ne. Ja doch. Äh. Nein. So. So. Dann gucke ich mal, wie das aussieht. So. Einmal da. Einmal da. Einmal da. Und einmal da. Und in der Mitte. Ich will, dass die Lava stehen bleibt und nicht drum fließt. Ach. Das ist doch unglaublich. Wie schaffe ich das? Wie schaffe ich das? Hm. Ja, vierer... Eine vierer Breite wäre eigentlich... Aber das ist mir zu klein, ehrlich gesagt. So eine Lava-Fläche soll ja auch irgendwas bieten. Sonst mache ich jetzt mal folgendes. Ich werde jetzt mal ganz übertrieben. Wird schon wieder dunkel oder was? Ach. Das hält mich alles auf hier. So. Ich brauche nämlich... Habe ich Eisen dabei? Nein. Ja. Muss ich jetzt sowieso. Äh. Hätte ich denn noch einmal übrig? Ne. Die Wassereime behalte ich mal. Äh. Nicht. Okay. Dann werde ich jetzt mal das Eisen nehmen und noch ein paar Eimer herstellen. So. Alles hier kommt mal weg. Diese scheiß Inventar... Äh. Hier passt nichts rein. Ist immer... Das Inventar ist immer so schnell... So schrecklich schnell voll. Das ist echt störend. Ja. So. Ich brauche jetzt noch ein paar Eimer. Irgendwie so... Weiß nicht wie viele. Wie viele Eimer könnte ich denn mal... Ja. Drei mindestens. Komm. Sechs Stück nehme ich jetzt noch mit. Und dann gehe ich jetzt mal ganz kurz... Zu dieser einen Laberquelle da hinten. Boah. Ich bin ins Wasser gesprungen. Ich dachte schon, ich springe jetzt aufs Feld und würde jetzt... Das war aber jetzt eine doofe Entscheidung. Ich muss doch auch hier irgendwie rauskommen. So. Hey, das war Turmspringen. Das nenne ich mal Turmspringen. So. Da hinten war die Laberquelle. Da fülle ich die sechs Eimer jetzt noch voll. Und dann muss ich einfach auf jedem Block... Muss ich dann einmal... So. Einfach hier... Was mitnehmen. Ja. Waren jetzt alle, ne? Gut. Alles klar. Dann... Dann versuche ich das einfach mal. Wie sieht denn das von draußen aus, wenn man hier reinguckt? Boah. Ich habe Angst, den Knopf zu drücken, weil ich Angst habe, dass ich die Laber wegschmeiße. Deswegen nehme ich einen Apfel. So. Jetzt probiere ich das einfach nochmal. Also. Jeder Block bekommt einen Labereimer. Und das müsste doch jetzt eigentlich funktionieren. Warum funktioniert das nicht? Ah. Jetzt funktioniert es. So. Ja. Das sieht schon vielversprechend aus. So. Sehr gut. Dann kann ich mich jetzt endlich darauf konzentrieren, hier... Äh... Sowas wie Fortschritte zu machen. So. Jetzt natürlich alle Eimer auf einem Stack. Damit ich Platz, äh... habe und jetzt kann ich mit Spitzhacke und Axt ein bisschen bauen. So. Damit ich in dieser Folge noch was schaffe. Ähm... Wie gesagt, möchte ich... gerne Treppen verwenden dafür. Okay. Ja, das war ein bisschen idiotisch, aber... So. Alles okay. So. Dann führt hier praktisch eine kleine Treppe nach unten. So. Jetzt gucke ich mal ganz kurz, wie tief will ich denn bauen. Das Eisen, das... klaue ich mir dann doch noch raus. So. Jetzt muss ich aber auch hier wieder rauskommen. Lass mich rauf! So. Ja, die Lava tropft ein bisschen durch. Äh... Ach, ist doch egal. So, jetzt brauche ich aber wieder den normalen Stein, damit ich das wieder hier... zubauen kann. So, die Wände soll nämlich so bleiben. Ja, jetzt ist die Frage. Ich glaube, diese Tiefe reicht mir noch nicht so ganz. Und das ist mir ein bisschen zu eng am Kopf, muss ich sagen. Also, da... Das kann ich nicht verhindern, aber... Das... Nein! Äh... Das kann ich auf jeden Fall verhindern. Äh... Gut, also... Viel tiefer darf es dann auch nicht sein. Hier ist dann wirklich Grenze. Ich würde vorschlagen, hier kann ich eigentlich jetzt anfangen. Ja, ich glaube, das hat eine... Das hat eine gute Höhe. So, habe ich Fackeln dabei? Ja. Nur wenige. So, dann mache ich mal hier ein bisschen Licht, damit ich hier ein bisschen was sehe. Das Kies ist natürlich jetzt problematisch, weil ich glaube, dass ich auch auf Kies gebaut habe. Habe ich eine Schauf... Ja. Die zerfällt gleich schon. Kies. Ich kann Kies überhaupt nicht ausstehen. Ah, Kies ist so kacke. Ja, Lava tropft jetzt hier ein bisschen, aber... Pfff... Kann ich was dafür? So. Ich frage mich gerade, wie das eigentlich aussehen soll. Also, ich würde sagen, ab hier... Ab hier würde ich jetzt graben. So weit geht das natürlich nicht, weil wir kommen ja auch aus dem Fels auch irgendwann raus. Aber ich würde sagen, dieses kleine Stück hier kann ich auf jeden Fall wegbauen. So. Kies. Kies. Ach, am liebsten würde ich den ganzen Kies einfach in die Luft jagen. Wer braucht das denn schon? So, hier gleich mal Kohle gefunden. Das ist übrigens auch so ein Vorteil. Das mache ich, äh, sehr gerne. Äh, einfach in die Erde reingraben und dann so einen Raum aus, äh, ja, ausbauen sozusagen. Dann trifft man auch häufiger auf. Soll ich das machen, dass es hier so eine Verwinkelung gibt? Nee, wendert sich das ganze Programm durch. Also, das kommt auf jeden Fall weg. So. Ja. Die Spitzhacke ist hinüber. So, das tausche ich jetzt einfach durch normalen Stein aus. Und die Kohle baue ich natürlich ab. Ich finde das wirklich beeindruckt, äh, beeindruckend, dass... Also, dass Kohle vorkommt. Das finde ich beeindruckend. Dann ist man wieder damit beschäftigt, äh, doch alles hier wegzureißen, obwohl man es nicht wollte. Vielleicht ist das der Trick. So. Ja, hier die ganzen Kieslöcher, die baue ich hier einfach aus. So. Ja, das ist mit den Kappels, das kann ich jetzt nicht ändern. Das müsste ich jetzt umtauschen, aber... Traue ich mir das zu? Eigentlich gar nicht, aber ich versuch's. Äh. Okay, dazu muss ich... Das sofort hier hin verlegen. Achso, da kommt auch gar keine Lava durch. Achso, nein, warte. Das ist ein Trick. Das ist der Rand. Okay. Puh. Okay. So weit, so gut. So, jetzt habe ich aber keine Steine mehr. Da müsste ich dann irgendwann mal wieder welche herstellen. Jetzt baue ich erstmal das hier weg. Ich baue die Kohle ab. Ich baue die Kohle ab. So. Okay. Soviel zu den ersten Schritten. Nächste Folge mache ich da weiter. Mal gucken, was es wird. Beziehungsweise wie es wird. Dann gucke ich mal hier aus dem Fenster und... Hey, das ist ein Schaf da hinten. Ist ja auch cool. Ich habe eigentlich noch gar nichts mit Kakaopulver gemacht, ne? Ich sage immer Kakaopulver. Kakaobohnen meine ich. Äh. Ne. Nur nichts geerntet oder so. Habe ich immer so gelassen, wie es war. Meine Güte. Ist das Schaf hier eigentlich gefangen? Ich sehe das ja nicht zum ersten Mal. Kommt das hier nicht mehr raus? Dann wäre das ja auch eine interessante Falle. Oder ein interessanter Stall. Naja. Dann geht's mal. Vielen Dank.